Hallo, mein Name ist Christian Streili und ich beantworte Ihnen heute häufige Fragen unserer Kunden. Hier kommt es vor allem auf die technische Expertise an. Das Equipment muss korrekt installiert und vor der Inbetriebnahme getestet werden. Sie sind auf der sicheren Seite, wenn Sie direkt vor Ort mit erfahrenen Fachleuten zusammenarbeiten. Unsere Serviceexperten begleiten Sie durch den gesamten Installationsprozess und stellen sicher, dass Ihre neue Verbindungstechnik einwandfrei funktioniert. Somit steht der Inbetriebnahme nichts im Wege. Dazu konfigurieren wir nicht nur das Fügemodul oder Fügesystem selbst, sondern stellen mit dem korrespondierenden Prozessüberwachungssystem sicher, dass alle Prozessparameter eingehalten werden. Im Idealfall ergänzen sich Installationen und Bedienerschulungen. Deswegen ist es sinnvoll, beide Leistungen aus einer Hand zu beziehen. Unsere Serviceleistungen schließen beides mit ein, sodass das Personal unserer Kunden optimal für den laufenden Betrieb vorbereitet ist, inklusive punktuellen Fabelshooting. Haben Sie Fragen zu unseren Serviceleistungen? Kommen Sie gerne auf uns zu. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und Fragen und wir antworten diese in einem unserer nächsten Videos. Eine Hand zu beziehen. Okay, nochmal. Inklusive, ja das ist doch. Aber war gut, es war jetzt gut. War ich installiert? Nein, nein, nochmal, fang nochmal an. Okay. Elia hat schon gesagt. Anfang an mit Fachleuten. Von Anfang an. Ich bin auf der sicheren Seite, wenn Sie direkt vor Ort mit der Fahne... Ich bin auf der Säge hat gesprochen. Aber wie ist ich derecho? Ich bin auf der arribge und bist. Du da bist. Untertitelung des ZDF, 2020